Ja, wir sind hier gerade in Kiel beim Lighthouse Swim. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Kein Wettkampf, sondern eine Demonstration für die Meere, für den Schutz der Meere. Da sind wir natürlich am Start, ist ja klar, mit dem Lighthouse Swim 14 Kilometer, bei recht ruppigen Bedingungen heute. Das war ganz schön wild. Jürgen musste im Karnevo ganz schön fighten, aber wir haben irgendwie ein paar gute Sachen noch ausgetestet für Helgoland, ernährungstechnisch und auch mit dem Kajak. Das hat alles prima funktioniert, auch unter den Bedingungen. Und ja, jetzt geht es drauf, Wetterprognosen abzuwarten und dann gucken wir mal, was es gibt. Dann sehen wir uns auf dem Weg nach Helgoland. Dann sehen wir uns auf den Kopf, der los geht. Bis zum nächsten Mal abonniere ich uns. Dann geht es im Karnevo. Zweig, was es in derเขage geht? So viel ist es, dass ich in seiner Welt zu sehen. Dann entdecken uns hier, Wetten, Wetterprognone und Wetterprognose.